Und das macht doch mal gerne und dann wird es vielleicht auch in der Zukunft weitere Formate dieser Art geben. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche, einen schönen Abend oder wie auch immer, wo auch immer ihr euch gerade befindet, zu welchem Zeitpunkt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Skinny. Bis zum nächsten Mal.